Musik Na denk, ob ich den Kill noch gesleakt hatte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite und auch herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Videoserie, die es jetzt im nächsten Monat hier auf diesem Kanal geben wird. Denn ich mache zur Seite ein kleines Fortnite-Experiment, wo ich dauerhaft in Arena Solo in Stark Industries lande und alle Leute WK, die überhaupt nur in der Lobby dort sind und natürlich in erster Linie sehr, sehr häufig am Anfang noch sterbe. Ich versuche auf jeden Fall das Beste zu machen, am besten natürlich bis zum Start der nächsten Season, bis wo ich das Ganze immer machen werde. Versuche ich dann auf jeden Fall den Kill-Rekord so hoch wie möglich zu pushen, natürlich so gut wie möglich im WK hinzuwerden. Und dann wird es am Ende natürlich auch nochmal ein Zusammenfassungsvideo geben. Und ihr könnt jetzt im Prinzip mit diesen Videos, ich denke mal, die werden ungefähr ein- bis zweimal wöchentlich kommen. Und damit ihr natürlich immer einen guten Überblick habt, wie es so gerade mit meiner Statistik aussieht, wie viele Kills ich und Tode ich vor allen Dingen zwischen den Runden hole, denn ich werde natürlich nicht alle Tode reinschneiden, könnt ihr eben halt einmal unten links dann immer im Bild sehen, wie oft ich schon gestorben bin und wie viele Kills ich gemacht hatte. Das Ganze zählt für das ganze Experiment, das heißt nicht nur für die eine Session. Da könnt ihr dann auf jeden Fall immer so ein bisschen ein Auge drauf behalten. Und wenn natürlich in Zukunft keine weitere Sorge, wie ihr das verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem wünsche ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr diese Videos bewertet und natürlich kommentiert. Schaut natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, der Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung, denn dort werde ich das Ganze natürlich live spielen. Also wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, lasst dort auch gerne ein Follow da. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Oh, nee, 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 bro, so nicht. Also wenn ihr das Ganze verpassen wollt, lasst dann auch gerne ein Abo da. Ich kann mich durch die Wante schassen. Ah, chillig. Das waren aber gute Reactions. Das war's für mich. Das war's für mich. Oh mein Gott, Alter. Was mach ich gerade? Das war's für mich. 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 Digger. Das war's für mich. Das war's für mich. Das 46er mit der Waffe sind eben halt zu krank einfach. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Bro lässt sich einfach Okay. Das war's. Bro, lösch dich. Bro, lösch dich. Oh, shit on. Oh, 170er. Oh, shit. 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 No way. Oh, shit. Oh, shit.